Mal sehen, was passiert, wenn... Was zum Teufel? Äh, JD? Pfuh, direkt die Dicken hier. Hat der den aufgehoben? Voll in den Arsch geschossen. Das ist die Weiterentwicklung von den Low Coast. Neue Gegner. Achtung, da ist noch einer. Ey, ich wollte den sägen. Ey, die haben auch die Hammerbörse. Nehme ich mir mal die. Wie sieht das aus wie eine Art Nest? Wow! Ne, 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 ne. Hier wird nicht gesägt, Junge. Ja. Da drüben! Wo? Ach, da. Die Pack, passt auf! Aaaaaah! Das hat gespielt. Ich nehm links, du nimmst rechts. Okay, so gehen wir... So geht's auch. Guck, guck. Ich würde sagen, höchste Zeit, die Biegel zu machen. Hey, wollen wir einfach drum schreiben, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Haben die sich verwandelt? Halt, sie haben sich weiterentwickelt, aber wir brauchen das nicht sehr nachher. Sieht so aus, ne? Manche Insektenlarven werden innerhalb eines Tages zu drohen. Sogar innerhalb Stunden. Was machst du denn? Granaten finden? Was hast du denn vor? Gott, unser... Das sind also die neuen Locust. Da-da-da-da-da. Bei dir. Danke. Janis, klar. Da muss eine Granate rein. Boom. Oh. Moment mal. Haha. Pass mal auf jetzt. Geht doch. Ich hole mir die Longshot. Was wurden denn denn jetzt? Alles sicher. Die alte oder die neue Definition? Na los, gehen wir zur Bahn. So geht das. Ganz easy und schnell mit der Boom. Ui. Perfekt ausgerüstet. Und da haben wir auch direkt Munition. Wir müssen rein, bevor das Wetter noch schlechter wird. Und schon wieder. Wieso kriegt man für die Zweitwaffe keine Munition? Was ist denn los mit denen? Du ob. Sonst wurde man immer komplett bestückt, ey. Und jetzt? Nix. Nichts im Meer. Bück dich, mein kleines Stück. Da ist das Signal. Markus Funk. Er ist ganz nah. Los. Also im Horde-Modus wäre schon dreimal gestorben an diesem Hashot-Ding-Pfee. Da. Ah, kriegen wir auch noch einen vor die Nase gesetzt. Dankeschön. Oh, scheiße. Nee, Springer. Okay, du bist ein ganz großer. Schön ruhig. Oh, das ist gut. Geht in Deckung. Pass auf die Stacheln auf. Wo, 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 wo. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ey, der reitet mich schon wieder. Lass den Aminati in Ruhe. Wieso, wieso kann man die nicht sägen? Ja. Jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen Springern rumschlagen. Ja. Und so wie es jetzt läuft, tja, so kann es nur noch schlimmer werden. Nein, ich bleib bei der Lanza. Okay, bist du bereit weiter? Rufen Sie die Bahn. Ja, aber erst mal hier ein bisschen durchgucken. Achso. Hallo. Nix, 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 nix. Hier ist nix. Okay, dann ruf ich mal die Bahn. Wie süß. Oh, ekelhaft. Schauen wir mal. Wo, 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 wo. Und du bleibst noch ganz kurz stehen. Ist klar. Ja, hallo. Noch. Sag das nicht so laut, Aminati. Oh, komm schon. Echt jetzt? Das Gegengewicht schleift. Geh schon. Ich mach das. Hey, alles in Ordnung? Ja. Nein. Tut mir leid, dass ich deinen Vater in diese Lage gebracht habe. Hätte ich gewusst... Nein, Kate... ...gewusst, was es kosten würde, dass die Rettung meiner Mutter... Okay. Noch haben wir niemanden verloren. Kann das Ding nicht schneller fahren? Nicht, wenn das Gegengewicht schleift. Das Gegengewicht, ja. Halt, was machst du? Nein, Halt, nein! 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 Klopp, klopp. Wir sind da. Okay, das war mein erstes und letztes Mal in einer Standseilbahn. Standseil... Was? Standseilbahn. Was? Nennt man die? Laut Markus befindet sich die Grabstätte der Locust in einer Mine, oder? Aber wir folgen den Heschern nach oben. Ausgerechnet zum Museum. Hey, ich höre mir gern bessere Vorschläge an, wenn ihr welche habt. Da drüber springen. Okay, dann folgen wir ihnen weiter. Kommen sie nicht aus der Bahn. Fahrkarte, bitte. Manchmal leuchtet das so, oder denkst du dir auch so? Oh, Sammlerstück. Ah, ich hasse das. Ja. Wo denn? Der Sammlerstücksucher, der sammelt die Stücke, der sucht. Jo. Dankeschön. Geil, du blockierst mich. Wo müssen wir denn lang? Ah, da. Durch, der Dürr. Oh, großes Gebiet. Na, dann wollen wir mal. Guck, guck. Ich hab die eben gesucht und gefunden. Ey. Habt ihr mir Schelle gegeben? Alles in uns. Halt auf, nicht anzumalern. Ach, der hat ja noch gelebt. Okay, geschafft. Wir sollten wieder nach oben und die Spur der Hescher verfolgen. Dass die direkt immer auf die Namen kommen, ne? Finde ich auch genial. Bist du bereit? Da ist er. Hä? Da drüben, bei der alten Kaserne. Wahrscheinlich wollen Sie nach oben, zur Festung. Gut, dann müssen wir eben dorthin. Wie? Ich dachte, wir suchen nach einer Mine. Oh, scheiße. Alter Baggercleaner. Lass doch eins. Lass eine Granate in das Nest. Hab keine mehr. Boah, ich brauch mal eine Gnesche, ey. Hat keiner von den Dinger eins. Oh, ich hab ja doch noch. Ne, 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 ne. Ey, der gibt mir eine Schelle. Bischkau? Nein, 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 nein. Vergiss es, Junge. Wer ist der Nächste? Echt? Ich auch. Dachte dir so, ne? Und einmal so, bitte. Und einmal so, bitte. Wow, wow, wow. Ah, der Letzte. Dankeschön. Also, die gute Nachricht ist, dass wir auf der richtigen Fährte sind, wenn wir dem Schwarm begegnen. Ich gucke. Dankeschön. So, zehn Schoß. Das heißt, die nächsten zehn Köpfe sind mir. Wow. Scheiße, habt ihr das gesehen? Nein, wie kommst du da drauf? Oh. Okay, gute Sniperposition. Ein Kopf. Zweiter Kopf. Verstanden. Komm, gib ihn hoch. Dritter, komm. Bam. Sniper Willi ist wieder da. Oh. Mir gefällt das hier ganz einfach nicht. Was du nicht sagst. Brauche aber mehr Moderation dafür. Oh, nicht noch einer. Oh. Whoa. Whoa. Come here, come here, come here. Nein. Der Typ geht mal tierisch auf den Schniedel. Komm schon. Nein, fäng ich sich. Hilfe, Hilfe. Danke. Ach so, den kann man nicht sägen, weil er da oben gepanzert ist. Oh, mal die Energie. Schnell. Brauchen wir für den Fabrikator. Äh, äh, äh. What? What? Wow. Ey, das gibt's nicht. Ich will den sägen. Komm her. Komm, 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 komm her. Äh, willst du Sniper haben? Weiß nicht, aber wir erreichen zuerst das Museum. Gut. Oh, ich nehme die Knäscher. Ich hoffe, für die kriegt man jetzt Munizieren. Ja. Und Granaten. Hm, schöne Küche. Was willst du machen? Okay. Ach so. Ah, dein... Ah, dein... Dein Zeitvertreib, wenn du auf mich wartest. Wird mal von da oben kommen welche. Wird mal von da oben kommen welche. Ja, nee, ist klar, ja. Jetzt meine Sniper weg, ey. Vorrücken. Lasst euch nicht von dem Ding festnageln. Äh, 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 lass meine Entdeckung gehen nur. Ah, komm her. Zurück im Kampf. Sarfe Granate. Da sind noch ein paar. Wir sind Lavin. So, Knäscher-Action, Baby. Was? Die Treppe rauf! Ja, ja, du renn... Ah, guck mal hier. Hallo? Alter, sind die schnell! Hallo? Alter, sind die schnell! Gott! So, kommen wir jetzt! Operational Leveler. Ich level dich auch gleich mal.